Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Testbericht, heute mit dem neuen Wilson Clash 100 Tour. Der Wilson Clash 100 Tour zeichnet sich durch eine sehr geringe Rahmenhärte aus und gehört damit zu den armschonendsten Schlägern auf dem Markt. Durch den Einsatz von neuesten Technologien hat Wilson einen Schläger entwickelt, der nicht nur Power und Spin optimal kombiniert, sondern auch eine beeindruckende Kontrolle aufweist durch seine Flexibilität im Schlägerkopf. Ja, nachdem ich nun beide Wilson Clash getestet habe, muss ich sagen, dass der Wilson Clash 100 Tour meinem Spielstil deutlich besser entspricht. Er hat 15 Gramm mehr als der Clash 100 und dadurch noch mehr Power und noch ein Ticken mehr Stabilität im Treffpunkt. Und das habe ich insbesondere gemerkt beim Return von schnellen Aufschlägen oder grundsätzlich bei Bällen, bei denen ich unter Druck geraten bin. Der Schläger lässt sich in solchen Situationen einfach nicht wegschieben und ist unfassbar stabil im Treffpunkt. Die Schläge, bei denen ich am meisten Spaß mit dem Clash 100 Tour hatte, sind mein Aufschlag und mein Slice. Beim Aufschlag hatte ich echt sehr viel Power und einen super Touch. Und beim Slice ist die Flexibilität im Schlägerkopf, die die Wilson Clash Serie mit sich bringt, echt ein riesen Vorteil. Ich habe das Gefühl, dass der Ball einfach sehr lange auf meinem Schläger ist und ich kann ihn platzieren, wo immer ich möchte. Alles in allem bin ich sehr beeindruckt von dem Wilson Clash 100 Tour. Die Clash Serie an sich hat ein sehr, sehr besonderes Gefühl. Und der Clash 100 Tour mit den 15 Gramm mehr ist für meinen Spielstil echt optimal. Die einzige Schwierigkeit für mich bei dem Wilson Clash 100 Tour ist, dass ich normalerweise Schläger mit einer kleineren Kopfgröße gespielt habe in meiner ganzen Tenniskarriere. Und mit dem Wilson Clash echt viel arbeiten muss, um unter den Ball mit meinem Schläger zu kommen bei Angriffsbällen. Das heißt, mir fehlt ein bisschen die meine Rührfähigkeit. Ansonsten ist der Schläger echt beeindruckend und ich kann einfach nur empfehlen, ihn tatsächlich mal zu testen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Für mehr Informationen zum Wilson Clash 100 Tour oder zum Wilson Clash 100 geht auf tenniswarehouseeurope.com.